Kein Glück im TV Klatsche für Harald Glöckler, RTL 2 schmeißt ihn raus Wahrlich keine pompösen Zeiten für Harald Glöckler Nach nur zwei Folgen schmeißt ihn RTL mit seiner Reality-Show, Herr Glöckler sucht das Glück raus Harald Glöckler ist auf der Suche nach dem Glück, gefunden hat der Designer allerdings nur jede Menge Pech Denn nach nur zwei Folgen schmeißt RTL 2 seine Reality-Show, Herr Glöckler sucht das Glück raus Der Grund sind die recht wenig pompösen Zuschauerzahlen Quotenfehl für Harald Glöckler Laut DWDL.de lag der Marktanteil in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen beim Auftakt der Staffel bei nur 2,7% Dieser Wert sank in der zweiten Folge sogar auf 2,3% Ein Sprecher des Senders sagte laut DWDL.de Wir haben entschieden, Herr Glöckler sucht das Glück, vorerst aus dem Programm zu nehmen Eine harte Klatsche für Harald Glöckler, gegen den erst vor wenigen Tagen Anna Maria Faschichi geschossen hat Dass es eine zweite Staffel der Reality-Show gab, war überraschend Da schon die erste Staffel im Sommer 2023 mit schlechten Zahlen abschnitt Ab sofort wird der Sendeplatz mit Doppelfolgen der Serie Willkommen bei Familie Weiß besetzt Ob und wann die restlichen Folgen von Herr Glöckler sucht das Glück ausgestrahlt werden, bleibt unklar Das Glück für den Designer könnte in der Ferne auf ihn warten, denn aus Indien erhielt Harald Glöckler ein millionenschweres Angebot Das Original zu diesem Beitrag Klatsche für Harald Glöckler, RTL 2 schmeißt ihn raus Stammt von tvspielen.de 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 Stammt von tvspielen.de